Ich begrüße alle noch mal recht herzlich zu diesem Vortrag IoT, in Deutsch Internet der Dinge, verbunden mit der Frage, wird ein Mensch zu einer Maschine verkommen? So, und zwar möchte ich in den Vortrag auf die Ängste und Sorgen eingehen oder adressieren, Ängste und Sorgen, die viele Menschen, Christen wie Nicht-Christen, mit sich tragen in Anbetracht der Berichterstattung über die schier unbegrenzten Möglichkeiten, welche die Menschheit durch die Technologien, IoT unter anderem, überhaupt Informations- und Kommunikationstechnologien, mit tragen, durch die Möglichkeiten, die sich da eröffnen, die da sind. Manchmal wird vom Upgrade der Menschen gesprochen oder gar von der Schaffung eines ganz neuen Menschen, Wesens, das durch Verschmelzen der Technik und der Biologie gerade im Entstehen ist, eines vollkommenen und unsterblichen Menschen mit Gottes gleichen Fähigkeiten. Es soll also ein Homo Deus werden, ein Gottmensch, wie der israelische Historiker Yuval Harari erst in seinem 2016 erschienenen Buch Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Es gibt auch seit 2017 das in Deutsch darstellt. Der stellt davor, wohin es mit der KI und IoT geht und er ist da sehr optimistisch, dass es früh oder spät den Supermenschen gibt. Das Sterben ist dann ausgelöst, weil das ist nun ein Bug in der Natur und den wird man ausmerzen und so weiter. Und solche Berichte, die verunsichern ganz viele Leute, auch Christen, ist das nicht schon eine Endzeiterscheinung? Womöglich sogar der Beginn einer gemäß der biblischen Prophetie erwarteten Weltregierung hier durch Maschinen, die durch Maschinen übernommen wird. Ich habe den Eindruck, dass unsere kirchlichen Gemeinden solche Entwicklungen häufig ausblenden und die Menschen mit diesen Fragen und Sorgen häufig auch ganz alleine lassen. Dies führt wieder dazu, dass solche verunsicherten Leute bei der Suche nach Antworten sich selber behelfen müssen. Die einen schütteln diese Berichte mit nahezu lethargischen Gelassenheit ab und sagen, das sind lauter Hingespinste, dahinter steckt nichts. Die anderen holen sich Rat bei vermeintlichen Experten oder, wie ich die manchmal nenne, Widerstandskämpfe gegen alle neuen Technologien. Allerdings haben solche Experten häufig einen verzerrten Blick auf die Gegenwart und auch auf die Zukunft dieser Welt. Besonders oder zumindest, wenn man aus biblischer Perspektive die Zukunft betrachtet. Und wenn wir über die Endzeit, und die Endzeit wird im Vortlag eine gewisse Rolle spielen, wenn wir über die Endzeit in der Bibel lesen, dann spielt ein Wort eine wesentliche Rolle, Nüchternheit. In 1. Thessalonicher 5, Vers 6 steht es in Verbindung, da geht es um die Endzeit, um das Kommen Jesu und wann das wird. Und dann heißt es, also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Und so möchte ich in diesem Vortlag einen gewissen nüchternen Blick versuchen auch die Technologien hinter dem Griff IoT, den möchte ich da geben und einen Blickwinkel und aus Perspektive der Bibel über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mal versuchen zu beleuchten und dabei nochmal auf gewisse Gefahren hinweisen, aber da auch wirklich versuchen, die Nüchternheit zu behalten und sehen, was ist tatsächlich eine Herausforderung, wo haben wir zu achten und worauf haben wir zu achten. So, dafür muss ich erstmal, bevor wir zum Internet der Dinge kommen, muss ich ganz kurz skizzieren, was ist überhaupt ein Internet. Also die meisten werden das mit Sicherheit wissen. Ich gehe hier mal um ganz vereinfacht einen Schnelldurchlauf, so über die Dekaden der Entwicklung des Internets. Das Internet hat seine Ursprünge in den 70er, 80er Jahren, gestern haben wir vom Rechner aus den 30er, 40er Jahren gehört, das ist schon ein bisschen später, da waren so Großrechner, das waren große Maschinen, die so in bunkerähnlichen Gebäuden oder Räumen standen und da hat man da Pad-Text, nicht Sprache, sondern damals noch Text, an die Tastatur war es eingegeben, als Befehl an den Computer und der Computer hat was gemacht und dann eine Zahl rausgeschmissen, rausgespuckt oder auch auf einer Datei ein paar mehr Zahlen, Texte und so weiter geliefert. Das waren die Ergebnisse. Und da vor der Maschine zu sitzen, war es kalt, die waren klimatisiert und das war auch dunkel, das war unangenehm. Deswegen wollte man von Ferne auf diese Maschinen zugreifen. Und so hat man da Netze gebaut. Wie kommt man da, wie kriegt man die gesteuert von der Ferne? Erstmal aus meinem Büro, dann vielleicht von zu Hause, über die Telefonleitung und so weiter. Und so war das Internet eigentlich entstanden, aus einer reinen Personen-zu-Maschine-Kommunikation, zu Fernsteuerung einer Maschine. Da hat man sich auch ein paar Überlegungen gemacht über das Netz. Das war ja die Zeit des Kalten Krieges. Das sollte möglichst robust sein. So, die Amerikaner haben sich da gedacht, wenn ein Atombombeneinschlag geschieht, wie kriegt man das hin, dass zumindest da, wo der Einschlag nicht geschehen ist, dass das immer alles noch drumherum funktioniert. Das hat man da sehr viel Wert auf Robustheit gelegt. So, und da muss man sagen, die Entwicklung des Internets hat durchaus ein paar Ideologien mit sich getragen. Also nicht die Maschinen, sondern die Menschen hatten ein paar Ideologien. Einige haben da eine Rolle gespielt, zum Beispiel gleiche Verfügbarkeit für jedermann. Das sollte kein Netz für Eliten sein. Und das einfache Fußvolk hat da keinen Zugriff. Jeder soll einen Zugriff auf die Ressourcen haben. Und jeder soll die Möglichkeit haben, auch selber einen Dienst aufzubauen. So, und deswegen sollte das Netz für alle gleich gut oder auch gleich schlecht sein. Wenn das Netz überlastet ist, dann ist es für alle gleich überlastet halt. Und Open Source, freier Zugang zu Software im Internet, das hat da indirekt aber eine ganz wesentliche Rolle mitgespielt. So, dann bewegen wir uns in der Zeit vorab. In Richtung 2000, ein bisschen vor 2000 und nach 2000. Da ist das World Wide Web zustande gekommen. Und dann hat es auch eine rapide Entwicklung genommen. Das Internet ist zu einer Informationsquelle geworden. Wenn wir was wissen wollen, können wir das Internet fragen. Zu der Zeit ist Wikipedia gekommen. Da ist Google gegründet gewesen und groß geworden. Wir können jetzt an unterschiedlichen Maschinen sitzen. Die Maschinen sind zu uns ins Haus gekommen. Also jeder oder viele Leute haben zu Hause einen Rechner. Und die können das Netz nach Informationen fragen. Das ist so eine Wissensquelle geworden. In dieser Zeit ist es dann auch von der Wissensquelle, Hypertext hieß es damals. Man hat Texte, man kann Bilder verankern. Man kann auch sonstige Medien verankern. Und so konnte man auch Videos ins Internet stellen. Und das ist dann zu einem Medienkonsum gekommen. Und das Internet ist zunehmend so zu einem Medienerlebnis geworden. Ich kann etwas erleben im Internet. Und ich habe hier mal ein Ergebnis rausgegriffen von vor gut zehn Jahren. Ich weiß nicht, ob das jemand sich noch daran erinnert. Der Space Jump von Felix Baumgartner, ein Österreicher. Also aus heutiger Perspektive ein wenig beachtetes und wenig wichtiges Ereignis. Zu der Zeit, meine Kinder waren im Alter, wo sie sich sehr für Technik interessiert hatten. Ich war gerade an die Hochschule gekommen und jeder Student hat nur darüber gesprochen. Also es war so das dominierte Ereignis. Jeder wusste, wie viele Rekorde da gebrochen sind. Und vor allem, wo der dann aufgestiegen war. Das war ja langsam so. Da haben alle mitgefiebert. Acht Millionen Zuschauer haben quasi live. Das war nicht ganz live. Da waren so 20, 30 Sekunden Verzögerung eingebaut. Künstlich eingebaut, wohlgemerkt. Warum? Wenn der beim Sprung ums Leben kommt, wenn ihm der Sauerstoff abgeht, dann sollte das nicht zum Massenerlebnis werden. Da wollte man die Kameras schnell dann abschalten. Und die vielen Millionen Zuschauer sollten es nicht mitkriegen. Aber das Internet ist dazu geworden, dass alle Menschen mehr oder weniger gleichzeitig über Ereignisse informiert werden und das so mitzelebrieren, miterleben können. Denken wir heute an den Messenger-Telegram, wo wir im Minutentakt oder mit Sekunden- bis Minutenverzögerung wirklich Bilder aus Kriegsgebieten bekommen. Wir wissen, was da passiert, was da geschieht. Und da ist mir ein Gedanke rübergekommen, den will ich aber auch wirklich so nur als Fragezeichen versehen stehen lassen. Wird das Kommen des Menschensohnes auch ein Medienerlebnis, was über das Internet die ganze Welt mitkriegt? In Matthäus steht es, dann wie ein Blitz vom Osten ausführt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Zumindest ist für mich als Ingenieur hier, da Blitz im Osten sichtbar im Westen ist, so wie da ist noch eine Lichtausblattungsgeschwindigkeit dazwischen. Zumindest kann es durchaus sein, dass das Leute wirklich miterleben werden, wie das Internet das übertragen wird. Ich weiß nicht. Ganz genau, das Kommen des Menschensohnes wird absolut übernatürlich sein. Wie das verbreitet wird, die Message über die Welt, da wissen wir nicht. Aber zumindest sehen wir, dass die Technik voll dazu fähig und bereit ist, das mit zu beleuchten. Die nächste Stufe der Entwicklung im Internet ist dann unser Gehirn, unser elektronischer Hirn, unser Rechner, unsere Software, die ist in das Internet ausgewandert. Früher standen die Rechner bei uns irgendwo im Rechenzentrum, im Rechenraum, da standen die Maschinen. Heute braucht man die gar nicht mehr zu Hause. Ich kann die anmieten. Ich habe mal so ein Beispiel genommen, also wenn ich etwa 1000 Stunden mit meinem Einprozessorechner, heute haben die ein paar mehr Prozessoren, wenn ich damit rechnen könnte, da bräuchte ich so sechs Monate Zeit durchgehend zu rechnen, fünf Monate, und könnte irgendwelche Aufgaben erledigen, dann kann ich das heute, ich kann 1000 Prozessoren zusammenschalten, irgendwo im Netz, ich weiß nicht, wo die stehen, in den USA oder in Europa spielt eine untergeordnete Rolle, spielt dann technisch im Detail schon eine gewisse Rolle, aber im ersten Ansatz nicht zwingend. Und ich klicke sie mir zusammen, bekomme dann für 42 Euro die Stunde dieser Kapazitäten und für 42 Euro habe ich die Aufgabe auch in einer Stunde gerechnet. Nochmal technisch, natürlich muss man da sehen, dass die parallelisierbar ist und so weiter, aber viele Aufgaben sind das und so müssen wir auch, haben wir nicht nur Zugang zu Informationen inzwischen, sondern wir können auch Zugang zu Rechenkapazitäten bekommen und die Aufgaben, die da Sie in Ihren Laboren da rechnen, ich gehe davon auch, dass da auch vieles einfach bei Diensten im Web zusammen gemietet wird und gerechnet wird. So, wie kommt es von diesen ganzen Technologien zu dem Internet of Things, Internet der Dinge? Ich habe es mal skizziert mit einer Anwendung, die angeblich tatsächlich die erste Anwendung als IoT-Anwendung gewesen ist, auch das skizzenhaft dargestellt. Ich nehme mal eine Ingenieursaufgabe, eine reine Automatisierungsaufgabe und zwar, ich habe einen Wasserkocher, der hat noch einen Stromanschluss irgendwo in der Küche stehen und ich möchte aus dem Schlafzimmer den Wasserkocher anmachen, damit ich, wenn ich morgens in die Küche komme, ich bin Teebrinker, dass das Wasser auch fertig ist für einen Tee. Also ich lege ein Kabel aus dem Schlafzimmer ins Wohnzimmer und nehme mir dann einen Taster dazu und im Schlafzimmer neben dem Bett kann ich dann auf den Taster hauen und der Wasserkocher geht an, ausgehend tut er selber, wenn das Wasser gekocht hat und wir haben die Aufgabe gelöst, das können wir ja als Ingenieure. Ich möchte aber den Menschen hier jetzt aus gewissen Gründen eliminieren, deswegen mache ich es noch ein bisschen automatisierter. Ich nehme einen Wecker, versehe mit einem Relais und der Wecker schließt das Relais, ich stelle eine Uhr eine Zeit ein, über dasselbe Kabel steuere ich jetzt den Kessel, das heißt, die Maschinen erledigen für mich die ganze Aufgabe. Auch das können unsere Ingenieure seit Jahrzehnten gut meistern. Spätestens, wenn ich das jetzt aus dem Büro steuern möchte, meinen Wasserkocher zu Hause, dann wird es dünner, weil das Kabel über die Straßen, über vielleicht Ortschaften zu legen, wird teuer und wird lange dauern. Deswegen muss ich mir da was anderes einfallen. So, und da überlege ich, wie ist das Kabel gezogen? Und da kommen wir ja dazu, wir haben ja überall unser Internet. Das haben wir zu Hause, sogar gerade los, über WLAN kommen wir dann hoffentlich ins Netz und wir haben dann auch unsere Kessel, der dann vielleicht auch ans Internet angeschlossen ist, am Büro haben wir auch eine Isernis-Steckdose oder andersrum. So, ich nutze jetzt das Internet nur als quasi verlängertes Kabel da. Gut, ich brauche noch eine gewisse, ich brauche dann einen kleinen oder größeren Computer, der mir dann tatsächlich die Steuersignale, also die werden erstmal in die Sprache des Internets umgewandelt. Wir nennen das Protokolle und diese Protokolle muss dann auch der Kessel sprechen und irgendeine Maschine brauchen wir da, die diesen Signal umwandelt zu einem Signal beim Kessel. Soweit können Sie dabei aber dann auch mitdenken, dass das natürlich nicht nur ein Ereignisgeber sein kann, wir können dann ein paar Ereignisgeber verknüpfen und das brauchen wir dann in diesem elektronischen Hirn, einfach ein bisschen komplexeren Algorithmus, der weiß, wie die einzelnen Größen miteinander verbunden werden. So, und dann kommen wir auch schon zu der Skizze, wie das dann aussieht, wieder zu der Struktur. Wir haben Sensoren, die irgendwas erfassen, in dem Fall ein Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor. Wir brauchen irgendeinen Controller, der diese ganz primitive Sprache, die ist in der Regel auch analog, umwandelt in die Sprache, die das Internet versteht, schickt das an irgendeine Maschine, die auf diese Nachrichten wartet und die Maschine verarbeitet das Ganze und steuert dann wieder über das Internet einen Controller an, der das in die Sprache des Roboters umsetzt und das ist wieder eine rein technische Sprache, also keine menschliche Sprache mehr, also die wird dann wieder dazu verwendet, um das in gewisse Bewegungen des Greifarms umzusetzen und dieser Greifarm steuert dann in diesem Fall ein einfaches Ventil. Und da haben wir noch die Möglichkeit, uns das Ganze anzuschauen und in Echtzeit oder zeitversetzt das zu kontrollieren und schauen, was läuft und wie läuft es da ab. In der Zeit bewegen wir uns da in den jetzigen Jahrzehnten und ich möchte hier nochmal betonen, selber diese Aufgabe, diese Automatisierungsaufgabe vom Sensor zum Aktor und die Steuerung über Kabel verbunden, das ist überhaupt nicht neu, das können wir seit 30 Jahren aus Ingenieuren lösen. Im Auto ein Antiblockierungssystem, unsere Bremse ist genauso aufgebaut seit 30, 40 Jahren, da sind ein paar Sensoren, die nehmen Beschleunigungen auf und einen Schlupf und dann gibt es dann eine Steuerung der Bremsbacken, die dann also die Bremse löst oder verstärkt, je nachdem, was jetzt gefordert ist. Und dazwischen ist ein Kleinrechner, der dann, sag ich mal, die Algorithmik dahinter abarbeitet. Neu ist wirklich, dass wir jetzt das Internet auf zweierlei Weise nutzen. Einmal auf überall verfügbares virtuelles Kabel, wo wir anstecken können, unsere Sensoren und unsere Steuerungen, unsere Aktoren. Und zweitens, als ein Hirn, wo wir dann, wir brauchen keinen Rechner zu Hause, wir können den auch zu Hause verwenden, den muss dann ans Internet angeschlossen werden, aber wir können da auch uns praktisch schier unendliche Rechenkapazitäten des Netzes bedienen und das ist dann nur die Frage, haben wir das Geld, um das zu bezahlen oder nicht. Wir nehmen da fertige Plattformen, häufig auch Open-Source-Systeme. Die ganzen Maschinen, die haben häufig dieselben Stacks laufen, Open-Source oder kommerziell, sehr häufig auf Open-Source und so können wir kostengünstig und schnell ganz, ganz neue Anwendungen realisieren. So, ich habe hier mal so ein paar Anwendungen, die werden auch fälschlicherweise auf IoT genannt, aber eigentlich sind das Anwendungen, die aus dem IoT sich rauskristallisieren oder dann damit realisiert werden und ich habe hier mal fünf dargestellt, skizzenhaft, also ich werde ein paar Beispiele kurz nennen. Industrial IoT, Steuerung der Industrieanlagen, Smart Home, unsere Heimat-Universisierung, viele steuern damit vielleicht ihre Heizkörper schon, Smart Cars bis hin zum autonomen Fahren, auch da spielt IoT die Daten in der Cloud eine ganz wesentliche Rolle. Smart Farming, da tut sich jetzt auch ganz viel, Smart Cities. Ich gehe mal jetzt ein paar Beispielanwendungen. So, hier dargestellt mal eine skizzenhaft wieder eine IoT-Anwendung. Wir kommen nach Hause oder gehen von zu Hause weg und die Heizkörpersteuerung erkennt, dass das Auto das Haus verlässt, den Hof verlässt und senken automatisch die Temperatur ab. Die Überwachungskamera wird angemacht und natürlich können wir auf unserem Smartphone mehr oder weniger live dann sehen, was vor dem Garagentor, was auf dem Hof geschieht. Kommt das Auto wieder zurück, wird die Kamera vermutlich das Autokennzeichen erkennen und so kommt gleich das Garagentor hoch, dass ich gleich in die Garage reinfahren kann. Oder wenn wir das nicht wollen, über unser Smartphone erkennt das unser WLAN-Signal, unser Bluetooth-Signal und lässt uns auch wieder ins Haus. Und dann wird auch schon die Kaffeemaschine angemacht. So kennen wir, so sollen die Hausautomotivierungssysteme laufen. Natürlich darf da die Alexa nicht fehlen, unsere digitale Assistentin, der wir dann sagen, genau wie Daniel es gesagt hat, macht das Licht aus und das Licht wird auch ausgehen. So, da erlaube ich mir auch ein Zitat aus 2019, aus The Times. Der Reiz des Neuen lässt uns vergessen, wie eigenartig es eigentlich ist, dass wir Geld dafür bezahlen, einen nichtmenschlichen Spion in unserer Nähe zu dulden, der mit einer allzu menschlichen, auf Profit ausgerichteten Konsenszentrale verbunden ist, die tausende von Meilen entfernt ist. Und dann führt die Autorin Libby Purfs fort, sich eine Wanze einer unzureichend kontrollierten Firma ins Haus zu holen, ist dumm und gedankenlos. Denn damit lässt man zu, dass man abgehört wird. Und trotzdem machen es hunderte von Millionen bis Milliarden Leute heute. Und ja, in bestimmten Fällen ist es auch absolut sinnvoll, ältere Leute sich nicht selber versorgen können, ist das viel geholfen. Aber es muss auch klar sein, da wird die ganze Zeit reingelauscht in den Raum und mitgehört, was passiert hier. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Ich habe hier mal kitzenhaft wieder eine andere Anwendung genommen aus dem Bereich Smart Farming. Auch da, um das Potenzial zu verstehen, wir haben hier einfach ein paar Sensoren platziert, die uns die Temperatur, der Luft, vielleicht auch das Bodensmessen, die die Luft- und Bodenfeuchtigkeit aufnehmen. Wir können da sogar den Düngegehalt oder der Analyse, der chemische Analyse des Bodens vornehmen. Das geht alles in eine Cloud, das wird vermengt und dann wird die Bewässerungsanlage nur so viel Wasser zugeben, wie viel benötigt wird. Hat wirklich ganz viel Potenzial. Wir müssen nicht zu viel Wasser verschwenden. Wir können genau zielgerichtet, dass es so viel geben, wie viel notwendig ist. Wir können dann Düngemittel wirklich quadratmeterweise da zugeben, wo es benötigt wird. Und jetzt denken wir mal einen Schritt weiter. Also wir verbinden das noch mit einer Datenbank, die die Datenverkaufszahlen von den Obsthändlern von um die Ecke nimmt oder von Amazon in die Universität A. Und wenn der Bedarf nach Obst steigt, dann werden hier ein bisschen mehr Düngemittel gegeben, damit es schneller wächst. Oder auch genau andersrum ein bisschen gehemmt das Wachstum, weil eher in zwei, drei Wochen die Ernte da zu sammeln ist. Also da kriegt man ganz viele Ressourcen gespart. Da kriegt man auch durchaus die Überdüngung kontrolliert und so weiter. Das hat wirklich ein ganz riesengroßes Potenzial, diese Technik auch in den landwirtschaftlichen Bereich. Ich gehe ganz kurz aufs nächste Beispiel. Das ist bei uns im Labor entwickelt worden. Da haben wir ein Kaffeekühlhaus für jahrelanges Lagern in so einem ganz, ganz primitiven Dorf in Nordthailand aufgebaut, wo dann wieder ein paar Sondoren die Daten aufnehmen und die versuchen, die Energieflüsse zu optimieren, damit wir so wenig wie möglich Batteriekapazitäten benötigen, weil das Geld kostet, so wenig wie möglich Photovoltaikelemente benötigen und langzeitstabil da in der Energieversorgung für die Anlage haben. Und wir bekommen noch zu uns ins Labor nur die Betriebsdaten, um das Ganze zu optimieren, zu überwachen, wie das läuft. Und dann können wir bei uns praktisch in so einem Zwilling-Sit-Up das Ganze durchspielen, optimieren, schauen, wo da noch Optimierungspotenzial ist und dann wieder zurückspielen. Und in Nordthailand läuft es dann weiter. Da merkt man nicht, dass da jetzt eine neue Software eingespielt ist. Also die Potenziale sind da ziemlich enorm. Das ist jetzt im Bereich Smart Cities, das Straßenbeleuchtungssystem, so ähnlich jedes Schlassenlaterne ist mit einem Kleinlechner versehen, mit ein paar Sensoren versehen. Und dann erkennen die selber die Topologie und dann werden Bewegungen hier gemessen und da, wo Bewegungen sind, ist die Straße einige hundert Meter weit ausgeleuchtet und da, wo keine Bewegung ist, ist es dann runtergefahren, gedimmt oder ausgeschaltet und da können wir wieder ganz viel Strom sparen und wir können auch die Umwelt von dieser ständigen Beleuchtung entlasten. Und inzwischen mittlerweile können wir da auch Objekte klassifizieren, erkennen, ist das ein Mensch oder ist es ein Auto oder ist es ein Wildtier und wenn ein Wildtier ist, müssen wir gar nichts tun und wenn das ein Mensch ist, schalten wir das voll ein. Radfahrer machen den Kegel größer. Also in zwei Städten in Deutschland ist es inzwischen so realisiert. Also auch da können wir sehr feinfühlig auf Sensoren, Daten reagieren. Das ist jetzt wieder ein Beispiel einer industriellen Steuerung. Hier sind 260 Sensoren in so einem Turm. Die Leute, die aus dem Westen kommen, die sind wahrscheinlich der A2 gefahren und wenn sie von der A2 auf der A7 abbiegen, da steht dieser Turm, heißt Timber Tower. Wenn man das genauer anschaut, der ist genauso grau wie alle Türme mit Windmühlen. Der ist aber nicht rund, sondern der ist achtkantig. Weil er besteht nicht aus Stahl gebaut, sondern aus Holzelementen, die in Folie verschweißt sind. Und da es Holz ist, ist da die Gefahr, dass die Feuchtigkeit da trotzdem trotz der Folie reinkommt irgendwo und deswegen muss es überwacht werden und da werden auch die Schwingungen, der Turm schwingt so vier Meter hin und her die ganze Zeit, ist 120 Meter hoch. So, und deswegen werden die Schwingungen aufgenommen, werden die Frequenzen daraus abgeleitet und solange alles gesund ist, kann man mit einem Klick sehen, wie das Ganze sich verhält und sollten da Auffälligkeiten auftreten, dann wird eine SMS an den Betreiber geschickt. Bitte jetzt kümmere dich halbwegs dringend oder sehr dringend um die Anlage. So, die Sensoren spielen hier, wie Sie schon wahrscheinlich merken, eine ganz wesentliche Rolle und bei den Sensoren sind wir da auch ziemlich weit gekommen. Wir können heute Sensoren nehmen, so zehn, zwölf Kilometer entfernt hinlegen. Ich habe zu Hause die Kiste vergessen, es sind so kleine Sensoren, wollte ich auch zeigen. Da sind drei Batterien und das läuft drei, vier, fünf Jahre irgendwo im Feld, wörtlich im Feld rum, hat keine Kabel und liefert, wenn das Internet so zehn, zwölf Kilometer entfernt ist, liefert es stabil ständig die Daten dahin und die werden verarbeitet und wenn Sie auch nach drei, vier Jahren die Batterien nicht immer wechseln wollen, dann nehmen Sie mal so einen Sensor, hier so ein Piltier-Plättchen, drei Zentimeter mal drei Zentimeter, steckt man in die Tasche, der Temperaturunterschied zwischen dem Körper und der Umgebung reicht aus, um so ein paar Joule Energie zu erzeugen, um diese Sensoren mit der Kraft versorgen, damit die Daten senden können. Also, es ist schon wirklich so, wir können weltweit solche Sensoren platzieren und unsere Anwendung jetzt in Abhängigkeit von all diesen vielen Sensoren abhängig machen. Damit wir sehen, dass es viele Sensoren sind, habe ich hier ein paar Grafiken dargestellt. Ich werde hier auf eine Zahl nur zurückgreifen, aus Zeitgründen. Wir haben heute etwa 14 Milliarden Sensoren, die ans Internet angeschlossen sind, über dieses Internet of Things. Im Vergleich Computer, die ans Netz angeschlossen sind, sind in etwa 5 Milliarden. Also, hier, das ist im Moment die treibende Entwicklungskraft des Internets geworden. Jetzt müssen wir ein bisschen in die Zusammenhänge kommen, in die Zusammenhänge gehen. Ich habe hier versucht, folgende Skizzen nach darzustellen. Vor einem Jahr hat Professor Keim vorgestellt, die Chancen und Risiken von KI und die Chancen oder die Möglichkeiten, die waren ja so richtig immens. Ich habe ja auch heute in der Einleitung auch gesagt, da sind einige Leute, so Visionäre nennt man die, die da schon das Superhirn kommen sehen und die Frage ist da, wird das dieses Superhirn irgendwann geben oder nicht. Als Christ hätte ich sehr gerne da in dem Vortrag vor einem Jahr gehört, nee, das wird es nie geben, das ist unmöglich, da macht sich der Mensch was an, der wird da scheitern. Ich habe ziemlich viel Skepsis daraus gehört, dass irgendwann ein Hirn die rein kognitiven und mentalen Fügigkeiten haben wird, wie unser menschliches Hirn. Aber einen Ausschluss habe ich da nicht rausgehört, auch wenn ich das gerne gehört hätte. Jetzt muss ich mal KI mit dem IoT zusammenbringen. Ich weiß nicht, ob es deutlich ist oder nicht. Das Hirn ist da, wo unsere Nervenzellen zusammenlaufen. Das ist die Steuerzentrale der ganzen Sinnen, der ganzen Motorik des Menschen. Also hier kommt alles zusammen. Da wird auch zwischendurch eine Vorverarbeitung stattfinden, im IoT übrigens auch. Wir haben in der Cloud unsere Computer, die die Algorithmen laufen lassen. Zu denen kommt alles zusammen. Also das ist quasi so die Entsprechung des Hirns des Menschen in der Technik. Und die ganzen Sensoren und Doktoren, nur die sind jetzt nicht hier anderthalb Meter und anderthalb Meter vor mir kann ich greifen und die Augen sehen paar hundert Meter vor mir, sondern ich kann weltweit sehen und technisch gesprochen weltweit fühlen. Und da will ich jetzt aus der Perspektive der IoT mal ein bisschen beleuchten, was ist möglich, können wir da einen Ausschluss definieren und sagen, da werden die Fähigkeiten des Menschen motorisch, sensorisch nie erreicht werden. Vorher gehe ich mal ganz kurz auf das Thema Risiken, jetzt aus informationstechnischer Sicht, welche Risiken da sind. Aber das können wir vielleicht am Nachmittag beim Workshop noch ein bisschen vertiefen. Am Ende, da wir hier, sind zwei Dinge. Einmal ist das die Datensammlungswut, die da ist. Da haben wir schon im vorherigen Vortrag was gehört. Also wenn ich mein Auto fahre, ich habe ein elektrisches Auto, das hat acht HD-Kameras, die Auflösung haben die in etwa wie diese Kamera acht Stück davon und die nehmen die ganze Zeit die Umgebung auf. Und gefiltert und so weiter, anonymisiert, aber die Daten werden ins Netz, also nicht ins Netz gestellt, bitte nicht öffentlich und so weiter, aber die werden an den Betreiber geliefert, damit er das auswerten kann. Wenn Sie eine Stauwarnung in Ihrem Navigationssystem haben, dann muss es Ihnen klar sein, da waren vor Ihnen tausende Autos vorne gefahren und die Geschwindigkeit der Bewegung war aufgenommen und die ist ins Netz übertragen worden. Daraus haben Algorithmen abgeleitet, da bildet sich gerade ein Stau. Diese Datensammlungswut, was wird mit den Daten passieren? Das Thema IT-Security, das können wir vielleicht auf Nachmittag verlagern, aber hierbei ist Folgendes, auch derselbe Yuval Harari, der israelische Professor, von dem ich schon einleitend gesagt habe, hat der Financial Times 2016 im Interview gesagt, wenn Big Data mich besser kennt als ich selber, dann haben nicht mehr Menschen das Sagen, sondern Algorithmen. Big Data könnte Big Brother zur Macht verhelfen. So sieht es zumindest der Visionär der IoT. Ich möchte jetzt doch nach der Frage der Grenzen nachgehen. Ich habe mal versucht, Sie sehen vom Systemdesign, also nochmal nicht von den physikalischen Abläufen, bitte da nicht missverstehen, sondern vom Systemdesign ist es schon ziemlich ähnlich wie beim Menschen. Da gibt es eine Nervenzelle, die Sinneszelle, die Rezeptoren nehmen etwas auf an der Fingerspitze, hier in dem Fall die Hitze der Kerze, die Daten werden geliefert über so ein Axon, auch so eine Netzwerkleitung, die ist auch physikalisch da, ans Gehirn, das Gehirn verarbeitet das, und wieder über eine Netzwerkverbindung, in dem Fall über das neuronale Netz, das biologische neuronale Netz, wird das geliefert ans Muskelgewebe, und da wird eine Reaktion, das abrupte Abziehen der Hand produziert. Und ich habe mal auf Messkriterium genommen, so diese Miniaturisierung, der Mensch ist ja sehr, sehr, sehr kompakt gebaut, und ich will schauen, kommen die Sensoren an die Grenzen der menschlichen Sinnen, und zweitens dann auch die Fähigkeiten, die sie dabei aufbringen. Ich habe da zwei Beispiele mir genommen. Einmal habe ich da genau die Sinneszelle genommen, diese sogenannte Dendrite, so diese wurzelartigen Endungen, das sind diese Fühler. Davon haben wir auf unserem Körper mehr als diese 260 in diesen Timper Tower angebracht, das sind 230.000 etwa an ganzen Körpern. Damit fühlen wir, wenn ich das Pult ertaste, dann gehen diese Signale von diesen Dendriten über die Axone ins Gehirn, und da wird dann das Ganze verarbeitet. In der Technik habe ich dann gesagt, das wird vielleicht so ein Messdehnstreifen dem vergleichbar sein. Der misst auch die mechanischen Spannungen und leitet daraus Signale ab. Und da versuche ich mal die Miniaturisierung zu vergleichen. Das ist dieser schwarze Kreis, der Rest drumherum ist eigentlich dieser Träger, damit das Ganze nicht auseinanderfällt, damit man irgendwo auch die Kabel dran löten kann. Das ist so etwa einmal ein Millimeter, ein Quadratmillimeter groß. Hier haben wir 70 mal 50 Millimeter etwa, also wir haben hier, ich hätte gerne viele Millionen oder Milliarden Unterschied, so wie es beim Gehirn ist, zwischen der Technik und dem Gehirn. Wir haben aber hier einen Vorsprung nur noch von 230 etwa, Faktor 230. 230 mal größer ist dieser Sensor als der menschliche Sensor. Und dann habe ich mal gesucht, geschaut, was können wir hier noch sehen, wo ist die menschliche Überlegenheit in der Sensorik? Erstmal habe ich dann die Situation gefunden, die ist auch schon ein paar Jahre her sogar, da hat man inzwischen solche Sensoren, die etwa 50 mal 500 Mikrometer groß sind. Das ist ja schon nur etwa achtmal so groß wie die menschliche Zelle. Und ich gehe davon aus, dass die Entwicklung weitergeht, dass die auch noch kleiner irgendwann werden. Da hat der Schöpfer dann schon wieder einen kleineren Vorsprung vor der Technik. Und jetzt schaue ich mal auf die Reaktionsgeschwindigkeit. Wenn wir so eine IoT-Anwendung realisieren müssen, ich sage mal so, wenn wir 100 Mikrosekunden definitiv innerhalb von 100 Mikrosekunden reagieren müssen, dann ist es etwas herausfordernd, wenn wir eine Millisekunde Zeit haben, dann nehmen wir auch kein Echtzeitsystem mehr. Wir sagen, da geht es ein normales Linux, das macht es schon, das kriegen wir hin. Das ist viel Zeit. Bei der menschlichen Zelle und dem Nervensystem sind es in etwa 150 Millisekunden. Da ist das biologische, das menschliche System schon im Hintertreffen gegenüber der Reaktionsgeschwindigkeit eines technischen Systems. Ich habe mir dann noch einen Vergleich geleistet. und den habe ich auch nicht selber gemacht. Das findet man unter dieser URL. Das hat ein Kameraverliebter, ein Kamerafreak gemacht. Ich habe da ein paar Parameter rausgegriffen. Und die erste Frage war, sind die einzelnen Parameter mit der Technik abbildbar? Und das zweite, wie viel kostet das? So, schönes menschliche Auge. Das sind so 17 Millimeter zwischen der Linse und dem Sensor. Das ist heute durchaus gang und gäbe üblich. Eine von Menschen gebaute Kamera kostet etwa 300 Euro, die das realisiert. Bei dem Öffnungswinkel, da wird es ein bisschen schwieriger. Das menschliche Auge sieht sehr breit. 180 Grad Öffnungswinkel hat das menschliche Auge. Auch dafür gibt es technische Lösungen, Kameras. Da kommt man aber mit 300 Euro nicht mehr hin. Da braucht man schon etwa 100.000 Euro, um solche Kamera zu besorgen oder zu bauen und so weiter. Und wohlgemerkt nochmal, das ist rein Sammelsurium. Bitte nicht davon ausgehen, Sie kaufen diese Systeme und wir haben technisch ein menschliches Auge nachgebildet. Das ist eine sehr vereinfachte Skizze jetzt hier. So, das menschliche Auge hat auch eine recht hohe Auflösung und die hat es noch eine variable Auflösung. Deswegen auch da ist der Vergleich so ein bisschen unfair. Aber wir nehmen mal an, eine Auflösung von 576 Megapixel, in etwa das stellt man auch als Äquivalent im menschlichen Auge fest. Und auch solche Kamera gibt es schon. Im Raumforschungsbereich gibt es die sogenannte Dark Energy Kamera. Die kostet aber dann schon gleich 35 Millionen Dollar. So, das heißt, nochmal dreimal wäre vereinfacht gesagt, müsste man mindestens 35,5 Millionen investieren, um in einzelnen Parametern das menschliche Auge nachzubilden. Aber wir sehen, in einzelnen Parametern ist die Technik da schon durchaus nah an dem, was Gott geschaffen hat. Immerhin war mein Trost in der sogenannten Lichtdynamik, sprich, die kleinste Lichtveränderung, auf die man reagieren kann. Und das stärkste Licht, was uns noch nicht blendet, was wir noch mit den Sinnen wahrnehmen, da sind in den Modellen Kameras etwa 2000-fach, ist der Unterschied. Da sagt man, bei dem menschlichen Auge ist es 1000- bis 16.000-fach, aber das ist nicht ganz wahr. Unsere Pupille, die passt sich ja an der Lichtintensität. Und wenn wir das berücksichtigen, dann haben wir immerhin den Faktor 16 Millionen. Da hat der Schöpfer noch einen ganz ordentlichen Vorsprung eingebaut bei uns. Und ich versuche jetzt mal ein Zwischenfazit zu ziehen. Ich hoffe, ich habe jetzt so ein bisschen erklären können, was das IoT ist. Es war sehr stark vereinfacht, aber da können wir wahrscheinlich die Potenziale sehen, die es in vielen technischen Bereichen hat. Und da erkennt man auch, dass eine herausragende Bedeutung hier die Sensoren spielen, die aber allerdings in Verbindung immer mit dem Hirn im technischen Sinne jetzt ihre Leistungsfähigkeit ausspielen können. Und dazu die Vernetzung der Komponenten, die drahtlos oder drahtgebunden realisiert werden kann. Aber wir können da sehen, dass da entsteht so etwas wie ein Organismus. Kein lebendiger, der kann sich definitiv nicht reproduzieren, aber der in einzelnen Fähigkeiten durchaus sogar den biologischen Systemen überlegen sein kann. Und der kann wörtlich weltumspannend und weltumfassend fühlen, Sachen aufnehmen und auch reagieren an jede Ecke der Welt. Natürlich vorausgesetzt, man hat da Zugang und so weiter und so fort. So, und jetzt muss ich als Christ ein paar Fragen stellen, weil ich auch diese Debatte im öffentlichen Raum, was, wohin geht die Reise mit diesen Systemen hin? Und da stelle ich erst mal die Frage, wird es irgendwann, wie viele Technikfreaks glauben und das auch propagieren, einen künstlich geschaffenen Supermenschen geben? Mit Supermensch meine ich ein System, was den menschlichen Fähigkeiten in allen Belangen komplett überlegen ist und sich auch weiterentwickeln kann, sodass es dann vom Menschen sich weiterentwickeln kann, sodass der Mensch tatsächlich zu einem primitiven Wesen gegenüber der Maschine degradiert. Wird es das geben? Kann es das geben? Und dann habe ich hier auch ein paar Hinweise darauf, auch sofort da. Erstens, also die Nebenfrage, die damit verbunden ist, ist der Mensch dann noch die Krone der Schöpfung? Das war ja so ein bisschen in dem Titel des vorigen Vortrags auch. Oder müssen wir das in Frage stellen? Aus Christ ist es relevant zu wissen. Wobei, wenn wir ganz genau aufpassen, den Begriff die Krone der Schöpfung, den ich auch gerne verwende, den gibt es in der Bibel so gar nicht. Den gibt es in der Bibel so gar nicht. Es gibt zwei, mindestens zwei, sehr deutliche Hinweise auf die Überlegenheit des Menschen. Aber da muss man dann schon ein bisschen genauer hinschauen. Einmal 1. Mose 1. Da heißt es, dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden ist. Da steht nichts über die physiologische, biologische Überlegenheit, sondern da heißt es, dass er Gott uns gleich sein soll. Nicht ganz, das heißt ein Bild uns gleich. Ein irgendwie sehr gutes Abbild Gottes sein. Und dann heißt es, er soll herrschen. Mehr steht da nicht. Und dann der auch sehr bekannte Psalm 8, wo es heißt, mit Ehre und Herrlichkeit. Du hast ihm ganz wenig unter dem Gott gestellt und nicht mit Superfähigkeiten, sondern mit Ehre und Herrlichkeit geklönt. Deswegen stelle ich dir jetzt in den Raum, müssen wir vielleicht gar nicht im Biologischen diese Überlegenheit suchen. Da ging mir noch was durch den Kopf. Der Bericht der Bibel zu der Schöpfung ist zumindest so genau, dass er sagt, aus welchem Material der Mensch gebildet worden ist. Und was war das Material? Die Erde. Aus welchem Material werden die Messdehnstreifen und die ganzen Halbleiter da gebaut? Gott hat sich derselben Material bedient, der auch uns zur Verfügung steht. Deswegen ist das, zumindest sehe ich da keinen Widerspruch und kein Problem, wenn wir mit den Materialien, die auch Gott verwendet, gut umgehen können und das auch ziemlich kompakt und leistungsfähig bauen können. Zweitens, wegen dieser Übernatürlichkeit müssen wir auch feststellen, dass die Bibel auch an einigen Stellen das darstellt, dass der Mensch im Prinzip auch übernatürliche Fähigkeiten haben kann. Ich habe in der Bibel mindestens zwei, drei Stellen dazu gefunden. Einmal, wo es die Plagen in Ägypten gab, da waren es die ersten drei Plagen, die die Menschen, die Zauberer von Ägypten auch nachbilden konnten. Auch so starb die Schlange, ich weiß nicht, das müsste eine lebendige Schlange sein, das musste ja übernatürlich sein, die mussten ja das nachbilden, was Mose von Gottes, mit Gotteskraft gemacht hat. Und dann steht es auch zu den Flöschen, dass die Zauber die auch vermehrt haben. Aus dem Text kann ich nicht herauslesen, haben die die Flösche geschaffen oder haben sie nur wundersam vermehrt. Aber das war übernatürlich, das war nicht entsprechend der natürlichen Gesetze. Und drittens, nein zweitens, 2. Thessalonicher 2 und Offenbarung 12, 13, das spricht von einem Menschen, der durchaus übernatürliche Fähigkeiten haben wird. Ich habe ihn hier auch mit dem Begriff Homo Deus, also ein Menschgott, ein Mensch, der übernatürliche Fähigkeiten hat. Und um das auch richtig darzustellen, habe ich ihn entweder falschen oder Pseudo-Homo Deus genannt. Ein Gottmensch, der übernatürliche Fähigkeiten hat und mit dieser Übernatürlichkeit auch die Menschheit begeistern wird. Die Bibel nennt es auch im Klartext verführen wird. So, jetzt der nächste Block an Fragen. Wird es den oder nicht? Und wenn es den gibt, wird es durch die Verschmelzung von Mensch und Maschine, wie viele Visionäre das heute sehen, oder wird es anders sein? Und können dann diese Maschinen, vorausgesetzt, das wird möglich sein, dann die Herrschaft übernehmen? Und wenn ja nochmal, mit welcher Moral, mit welcher Ethik wird es sein? Und an dieser Stelle möchte ich wieder eine kleine Werbeeinlage einlegen. Also ich kann dieses Buch empfehlen. 2084, in Deutsch heißt es natürliche, äh, künstliche Intelligenz und die Zukunft der Menschheit. Artificial Intelligence and the Future of Humanity. Professor John Lennox, Professor an der Oxford-Universität, also der geht auf die Frage genau dieser Perspektiven der künstlichen Intelligenz, also jetzt nicht IoT, sondern künstliche Intelligenz ein. Und ich hatte da auch gehofft, er ist nicht der große Spezialist der KI, aber der ist ein ausgewiesener Wissenschaftler und ich kann die Zusammenhänge analysieren. Der geht auch ziemlich sorgfältig, analysiert er die Quellen und nennt auch die Quellen, da kann man die Sachen nachverfolgen. So, und auch da hatte ich erwartet, vielleicht fühlt ihr mir die Lücke, die der Professor Keim nicht gefüllt hat und sagt, nee, da ist die Grenze mit dem menschlichen Gehirn, das wird nie erreichbar sein. Und John Lennox sagt, der ist auch ziemlich skeptisch, dass das irgendwann möglich sein wird, aber dieses klare Nein, das widerspricht den Naturgesetzen, das sagt er auch nicht. Vielmehr geht er genau darauf ein, worauf man wirklich achten soll. Und in dem Sinne, gerade finde ich das als Buch für einen Wissenschaftler, der mit dem Glauben hadert und fragt, wie sind die Zusammenhänge? Das hatten wir gestern kurz besprochen. Das ist eigentlich ein Buch in erster Linie für Nicht-Christen. Die Christen haben eigentlich die Antworten, die sie dafür benötigen. Ich behaupte, die Antworten, die wir brauchen, die finden wir in der Heiligen Schrift. Und jetzt komme ich so zu ein paar anderen Stimmen dazu. Also die Frage, die ich jetzt aufwerfe, ist, kommt existenzielle Gefahr für die Menschen durch die IoT? Links habe ich, das ist jetzt ein YouTube-Video, wobei, das gibt es auch Text, aus Texten zwischen. Mai 2022 ist es erschienen. Also der Bericht, und der hat schon einen lauten Titel, die Abschaffung der Seele. Von der Radioreporterin Julia Weiß ist es verfasst worden. Und wenn man sie hört, dann sagt man ganz klar, die Gefahren sind essentiell. Wenn wir da nicht jetzt und dringend reagieren, wird die Welt durch die Übermacht der Maschinen untergehen. Die wird verkommen, der Mensch wird verunwürdigt. Das geht gar nicht. Wir müssen da Alarm schreiben, wir müssen alles stoppen. Und sie hat auch diese Gefahr personifiziert. Auf dem Titelbild ist da nicht sie abgebildet, auch nicht ein Mitarbeiter, der von Radio München, sondern das ist, die Person heißt Klaus Schwab. Das ist der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums und der hat das Buch geschrieben, The Force Industrial Revolution. Und da geht er sehr optimistisch darauf ein, was wir morgen alles erleben werden, wie die Technik den Menschen hilft und ersetzt. So, und da sind so diese zwei Fronten. Wenn man die Frau Weiß liest oder zuhört, was sie da berichtet, dann heißt das, es ist höchste Gefahr, die Menschheit ist eine Gefahr, wir müssen handeln, wir müssen gewisse Entwicklungen verbieten, wir müssen die verhindern. wohlgemerkt, sie gibt da kein Rezept, wie soll das verhindert werden. Wenn man Klaus Schwab hört, dann sagt man, nee, das muss man fördern, das führt uns in die brillante Zukunft, wo wir ein Schlaraffenleben haben, wir müssen nicht mehr arbeiten, das machen alles die Maschinen für uns. Wohlgemerkt, auch ihr sieht ein paar Gefahren, beziehungsweise seine Kollegen, die beim Weltwirtschaftsforum in seinem Auftrag da vortragen. Derselbe schon zitierte Professor Harari regt beim Weltwirtschaftsforum 2020 vor, über die Perspektiven und Möglichkeiten der Technologien und auch über die Gefahren, die damit verbunden sind, der sagt es so, wenn diese Macht, also die IoT und KI, in die Hände des Stalin des 21. Jahrhunderts fällt, wird das Ergebnis das schlimmste totalitäre Regime der Menschengeschichte sein. Glücklicherweise gibt es eine geografische Verteilung von guten Bösen. Das Böse entspringt wie so oft östlich von uns, gut, dass wir im Westen leben, das Böse haben wir nicht unter uns, in Asien, das kommt nicht bei uns, das habe ich jetzt ergänzt, stellen Sie sich Nordkorea in 20 Jahren vor, wenn jeder ein biometrisches Armband tragen muss, das 24 Stunden am Tag den Blutdruck, die Herzfrequenz die Gehirnaktivität überwacht, man hört Radio, versteht sich in Nordkorea, eine Rede des großen Führers und weiß, was man tatsächlich fühlt, die Maschine weiß, die Regierung weiß, sie können in die Hände klatschen und lächeln, aber wenn sie wütend sind, wissen sie, dass sie morgen im Gulag sitzen werden. Und dann führt Harari fort, quasi aus Beruhigung und sagt, das wird schon nicht passieren, wir werden schon dafür sorgen, dass es nicht passiert, warum? und wenn wir die Entstehung solcher totalen Überwachungsregime zulassen, glauben sie nicht, dass die Reichen und Mächtigen an Orten wie Davos sicher sein werden, fragen sie Jeff Bezos. Er ist wohl der Leitragende da. So, die Gefahren sehen auch die Protagonisten des Ganzen, aber Klaus Schwab sagt da relativ einfach, wozu treffe ich mich jährlich mit den Wichtigen dieser Welt, mit den Regierungschefs und mit den Konzernbossen, ich erzähle denen, wo die gefahren sind und die werden sich schon drum kümmern. Letztendlich wollen die auch eine bessere Welt, die Arten. So, und spätestens an dieser Stelle, würde ich sagen, brauchen wir da dringend eine biblische Perspektive. Ich will ja, ich will ja sehen, was die Bibel dazu sagt und wie es da aussieht. Haben wir da eine rosa Perspektive, die Leute werden damit schon keinen Blödsinn machen, die Leute werden da schon keinen Schindluder treiben? Die Bibel gibt da aber ein bisschen anderes Bild über die Menschheit ab. Erste Mose 6, 5 steht, aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles brachten der Gedanken seiner Herzen alle Zeit nur Böse. Wenn das die Beschreibung der Regierungschefs ist, dann kann ich nicht so ganz sicher sein, dass da nicht Missbrauch geblieben wird. Gut, das war vor der Sintflut, wir wissen, das war mehr oder weniger die Einleitung der Sintflut, aber danach ist ja nur Noah der Gerechte geblieben, aber im Neuen Testament, 1. Johannes 5, 19 spricht es, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt heilt und durch Maschinen die besser macht, Entschuldigung, bei Beste, ich bin ein Technikverliebter, aber ich gehe nicht davon aus, dass die Technik nur zum Guten verwendet wird. Ich habe noch einen Text herausgenommen, der ist ein bisschen herausfordernd, ich habe es dann zusammengefasst, ich habe hier mal so drei Gedankenelemente zusammengefügt und dann zusammengefasst, was das bedeutet, weil da bräuchte man jetzt zehn Minuten, um da jetzt im Detail erklären und zeigen, ich habe das jetzt auch, dass meine Hervorhebung fährt, auf die uns ankommt und da geht es darum, um wieder ein Homo Deus, der aber, wie wir im Text sehen, keine KI und keine Maschine ist. Und zwar, da heißt das, da ist die Rede von den Sohn des Verderbens, umgangssprachlich christlich nennen wir das, der Antichrist, der da kommen soll, der wird, mit jeder Machttat, mit Zeichen, Wundern kommen und mit Lügen, er wird verführen, aber der wird Wunder tun, der wird übernatürliche Fähigkeiten haben, der wird sich auch anstellen, ich bin Gott und damit wird er auch die Beweise liefern mit übernatürlichen Dingen. Also wir müssen nicht mit den Maschinen den Homo Deus machen, schon mindestens einen, der so etwas sein wird, ist in der Bibel angekündigt worden. Aber was wir hieraus schlussfolgern, ist für mich folgendes aus dem Text. Erstens, wir wissen, dass das Böse nicht durch Mensch gewordene Maschinen, also nicht durch Maschinen, die außer Kontrolle geraten sind, passieren wird, sondern durch einen Menschen, den die Bibel, den Mensch, die Gesetzlosigkeit, den Sohn des Verderbens nennt. Zweitens, herbeigeführt wird er nicht durch Schaffung einer künstlichen Superintelligenz dieser Mensch, sondern die Gefahr liegt ganz, ganz anderswo. Und zwar, das steht da im Text, durch Ablehnung der Liebe zu Wahrheit. Das Böse, der Höhepunkt des Bösen auf dieser Erde kommt nicht durch Maschinen und nicht durch eine fehlgeleitete Entwicklung, sondern durch die Ablehnung der Liebe zu Wahrheit. Und ich glaube, viele hier sind Informatiker, viele hier sind Ingenieure, wir dürfen aber nicht vergessen, es geht in erster Linie in dieser Welt um die Wahrheit. Und wenn wir da nicht darauf hinweisen, dass die Ablehnung der Wahrheit zu Gefahren führt, zum Missbrauch führt, der technischen und allen anderen Möglichkeiten, dann tun wir was Falsches. Und drittens, und das ist immerhin grün markiert, also diese Gesetzlosigkeit, diese Gefahr, die wird gebannt nicht durch Regulierungen, durch Regierungen oder Konzerne, die sich da Selbstverpflichtungen auferlegen und so weiter, sondern der wird besiegt durch den Herrn Jesus mit dem Hauch seines Mundes. Wir werden diese Gefahren nicht abwenden können, aber wir müssen die Gefahren nicht abwenden können, das wird ein anderer machen, das wird Jesus selber für uns erledigen. Und da kann ich nicht auf den anderen, den wahren Homo Deus aufzeigen und da gab es schon sogar den Text, das Wort wurde Fleisch und Wut unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das Erstgeborenen von Vater. Also Jesus, der vollständige Mensch, der zu 100% Mensch, das ist ein Homo, der war ein Mensch, der hat gefühlt wie ein Mensch, der hat gesprochen wie ein Mensch, der hat gelitten wie ein Mensch, aber von dem ist die Rede, dass er herrlich war, wie des Vaters. Und wem das nicht deutlich genug ist, dass er zu 100% übernatürliche Gottesfähigkeiten hatte und hat, da steht es im Hebräer 3, auch da dieser, weil im Kontext geht es um den Sohn Gottes, um Jesus, zweifelsfrei, da heißt es, ist die Ausflugung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Die Bibel offenbart uns einen, der vollständig Mensch gewesen ist und der vollständig Gott gewesen ist und ist. Wir müssen durch die Technik kein Homo Deus schaffen, den gibt es schon. Aber die Entwicklungen, die da laufen, ich hoffe, dass ich gewisse Ängste und Sorgen, zumindest für mich ist der Trost, das Böse wird in die Welt nicht durch die Maschinen kommen. Aber wir brauchen schon ein bisschen mehr Trost, das Böse wird kommen, sagt die Bibel auch sehr klar und eindeutig. Und da liegen wir manchmal als Christen auch, wir lesen nicht schrecklich wird. Da kommen die Kräfte des Universums ins Wanken. Oh, oh, das ist ganz gefährlich und hören auf zu lesen. Herr, warum tust du mir an? Wir hoffen nur, ach, vielleicht kommt Jesus früher und wir sind nicht dabei. Das ist unser Trost. Die Bibel gibt uns aber einen ganz anderen Trost. Die Bibel sagt, Gott hat nicht nur die Welt geschaffen und hat sich zurückgezogen. hält der in der Hand. Der wacht seinen Jüngern auch ein Haar wird von eurem Kopf nicht fallen, ohne dass ich das kontrolliere, was ich da sehe und das zugelassen habe und erlaubt habe. Und da ist die Bibel auch ganz nüchtern. Johannes Kapitel 16 Vers 33 heißt es, in der Welt habt ihr Angst. Wenn wir die Entwicklung um uns herum sehen, Daniel hat mehrfach gesagt, die Welt steht Kopf und das ist leicht gesagt, aber da wird es einem mulmig zumute. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er wird das nicht irgendwann am Ende überwinden, er hat es schon gemacht. Unser Trost ist, der Herr regiert diese Welt und er hat die Welt überwunden. Und in Lukas 1 20 da, wo es genau um die schlimmen Endzeit Ereignisse geht, sagt er auch, genau da stecken wir den Kopf in den Sand häufig, aber liest doch weiter. Jesus sagt, wenn ihr das geschehen seht, nicht den Kopf in den Sand, sondern nach oben, freut euch, eure Erlösung ist schon ganz, ganz nahe. Das ist die Botschaft, die wir als Christen weitertragen sollen. Ob die Technik da verrückt spielt oder nicht, der Herr hält diese Welt komplett und vollständig unter Kontrolle. Und als letztes zum Abschluss möchte ich auch das wieder weitergeben, was ich auf ganz starken Trost sehe, auch auf Anweisung für uns Christen, auch wissenschaftler Christen, richtig zu handeln. Deshalb lasst uns, dann geht es weiter, jede Bürde und die so leicht umschlickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen. Ich bin kein Theologe, kann kein Griechisch, wir haben die Griechisch kennen erklärt, dieses Hinschauen, eigentlich ist im Griechischen heißt es original Wegschauen, wegdrehen, abdrehen. Wir müssen wegschauen auf Jesus. Das hat uns auch so bildlich gegeben, das Evangelium. Petrus, wirklich bildlich, der hat auf die Wellen geguckt und fing an zu nach oben auf Jesus gucken und dann war er heile. Wenn es zu bunt wird für uns, wir können und sollen auf Jesus hinschauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der Mensch geworden ist, der gelitten hat und jetzt direkt an der Machtzentrale, in der Machtzentrale drin ist und da das Weltgeschehen steuert. Das ist ein Trost, einen besseren kann ich nicht geben. Ich würde auch gerne sagen, doch, die gibt es, aber wir sollen den Blick hiervon nicht wegrichten, wenn es darum geht, was uns in der Zukunft erwartet. Lasst uns auf Jesus blicken. Damit schließe ich meinen Vortrag. Dankeschön.